Da sind sie eigentlich alle versammelt. Das sind die westlichen, kann man sagen, alte weiße Männer, mit ein paar Ausnahmen kann man das sagen, die sich jetzt die Welt untertan machen möchten. Sie sind die Geldgeber, die jetzt die Welt kaufen wollen, erstmal großzügig angeblich unterstützen und dann irgendwann ist es ihr Eigentum und dann zahlt der Mensch wahrscheinlich, wie du das mal rausgearbeitet hast, Andreas, wenn er atmen möchte und vor allem ausatmen, das ist ja dann wieder CO2. Also die haben auch, diese ganzen Geldgeber, die du gerade genannt hast, die haben eine Stellungnahme abgegeben, die sie mit, in Anführung, Beitrag privater Philanthropien zum Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt überschrieben haben. Boah, da merke ich gerade so viel Knoten in meinem Energiesystem. Da heißt es wörtlich, die Weltwirtschaft ist mit multidimensionalen Krisen konfrontiert, die sich in noch nie dagewesener Weise auf die am wenigsten entwickelten Länder und die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen auswirken und durch die akuten Folgen der Pandemie und des russischen Krieges in der Ukraine noch verschärft werden. Diese bedürftigsten und verwundbarsten Bevölkerungsgruppen sind außerdem unverhältnismäßig stark von den häufigeren und extremen Wetterkatastrophen und der beschleunigten Erderwärmung betroffen. Ohne vorausschauende Anpassungsmaßnahmen wird die Bewältigung dieser Auswirkungen noch komplexer und kostspieliger werden mit kaskadenartigen Folgen. Hatten wir vorgestern auch schon diese kaskadenartigen Folgen. Es ist immer wieder unglaublich. Es ist kaum noch zu kommentieren, wie man sich hier eine Welt nach typischen Mustern immer wieder zurechtzimmert, in der die Hauptnutznießer der ungerechten Weltsystematik hier als die Retter auftreten und die Ingenieure der neuen Welt, wo sie vermutlich wieder ganz oben stehen werden. Man hätte doch das Geld, was sie haben, um diese Welt gerechter zu machen, nutzen können. Aber stattdessen wird lieber der nächste große Coup der Klimaindustrie gestartet. Denn es ist durchaus nachvollziehbar, wie man mit dem Geld die Probleme regeln könnte, indem man zum Beispiel aus den Spekulationsgeschäften aussteigt und eine Umverteilung vornimmt mit vernünftigen Strukturen. Das findet eben nicht statt. Und diese ganze Geschichte hier läuft nach den bewährten Mustern. Nichtstaatliche Akteure bekommen die Möglichkeit, hier große Finanzmittel zu tätigen. Besser müsste es heißen, profitorientierte Investitionen vorzunehmen, um dann strukturelle Hindernisse für die Verwirklichung der sogenannten Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu beseitigen. Und nun kommen wir zum Haken. Als Gegendeal dazu müssen nämlich die Industrieländer, sprich die Staaten, sprich die Steuerzahler, ihre Zusagen einhalten, etwa über die jährliche Klimafinanzierung von 100 Milliarden US-Dollar für Entwicklungsländer sowie über die Verdoppelung der Klimafinanzierung für Entwicklungsländer bis 2025 geradezustehen. Das heißt also, dass die Staaten den weitaus größten Investitionspart dieses gigantischen Klimageschäftsfonds nehmen müssen und die Privatiers nur die Anschubfinanzierung machen, was sie dreifach wieder rausholen. Und das ist ein geniales Geschäftsmodell unter dem Deckmantel der Hilfe und der ganz großen Moral. Ja, das muss für dich als Ökonom natürlich hier ein durchsichtiges Gebilde sein, über das wir hier sprechen. Ein Geschäftsmodell, wie du gesagt hast, ein geniales. Ihr Lieben, wir arbeiten solche Aufsätze, die bei wirklich guten Portalen wie der Achse oder eben Tichy oder, oder, oder erscheinen. Deswegen für euch durch, weil uns klar ist, dass die wenigsten von euch die Zeit dazu haben, das Ganze durchzulesen, durchzuarbeiten und durchzudenken. Und denken müsst ihr nach wie vor selber, aber wir versuchen eben, euch das hier in unterhaltsamer Form näher zu bringen, Infotainment oder so nennt man sowas, glaube ich. Wir empfehlen aber auch, die Artikel selbst zu lesen. Also das macht schon Sinn für diejenigen, die sagen, ich will da ganz tief einsteigen, dann macht es Sinn, sich da wirklich auch mit zu beschäftigen. Genau, und also wir lesen hier nochmal ein bisschen weiter. Denn diese Herrschaften fordern für die Anschubfinanzierung für eine angeblich neue, gerechte Welt sogar einen grundlegenden Systemwandel. Der betrifft uns dann alle wieder, sowie auch ganz neue Wirtschaftsmodelle. Da heißt es unter anderem, Lösungen für die miteinander verflochtenen globalen Herausforderungen von der Dekarbonisierung über den Schutz der biologischen Vielfalt bis hin zu wirtschaftlicher Entwicklung und Gerechtigkeit. Diese Lösungen integrieren, anstatt sie zu isolieren und die auf den besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und Daten basieren. Andreas, um was das für wissenschaftliche Erkenntnisse und Daten sind, kann man sich schon fast wieder ausdenken. Ja, natürlich, das sind ideologische, politische Daten und keine wissenschaftlichen, die hier vorgegeben werden. Ja, und weiter heißt es, das wird also ganz vollmundig verkündet, wörtlich, wir sind bereit, die Synergien zwischen philanthropischen Organisationen, privaten Investoren und multilateralen Entwicklungsbanken sowie multilateralen Klimafonds zu stärken. Zitat Ende. Ja, und so seien sie angetreten, heißt es, um die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Risiken des Klimawandels zu verringern, präventiv, versteht sich, und sich für die Lebensmittel und Ernährungssicherheit zu engagieren und zum Beispiel, und jetzt stehe ich hier völlig fassungslos vor diesem Endsatz, und zum Beispiel die Allianz Gavi zu fördern. Ja, das ist wirklich unfassbar. Es ist so klar wie Kloßbrühe. Also die Lebensmittel- und Ernährungssicherheit, dafür will man sich engagieren, wobei wir gerade hören, dass man die Bauern dazu verpflichtet, keine Lebensmittel mehr anzubauen. Also irgendwie passt da ja was nicht. Das sind ja Widersätze. Und die Allianz natürlich dann zu nutzen, dass jeder in die Spritze läuft. Also das, ich bin ja wirklich klar in meinen Aussagen, auch bei diesen Behauptungen, dass solche Sachen oft nicht wissenschaftlich sind. Da mögen zwar Wissenschaftler drunter sein. Das heißt, wenn jemand unterwegs ist und hat einen wissenschaftlichen Background, und ich frage ihn zu irgendeiner Sache, dann heißt es nicht, dass er hier als Wissenschaftler arbeitet. Wenn ich also den Piloten einer 747 Boeing auf einem Fahrrad treffe, den ich kenne, und ich sage, hallo Hermann, wie geht es dir denn? Und ich frage ihn zu irgendeinem Thema, dann spricht er nicht in dem Moment als Pilot, sondern er spricht als Radfahrer. Und das ist also eine völlig andere Situation. Und so funktioniert das mit den Wissenschaftlern. Also, was wir hier gerade sehen mit der Gavi-Impf-Allianz und dieser Lebensmittel- und Ernährungssicherheit, Das sind doch alles Beweise, wem diese ganzen Aktionen nutzen. Cui bono, wem nützt es? Und da geht es offenbar nicht nur um die reine Menschenliebe, sondern um konkrete ökonomische Interessen, da die philanthropischen Akteure aus dem finanzstarken Privatsektor ganz unverhohlen den größten Einfluss auf die globale Finanzpolitik schlicht beanspruchen.